Der Papst sieht das Zerstörerische in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, auch die Kriegserzeugungstendenz, die dem Kapitalismus bzw. der sozialen Marktwirtschaft innewohnt. Und das erzählt Professor Christian Kreis bei KenFM ganz ausführlich. Aber der Papst hat eben auch keine Lösungsidee, wie man das Problem lösen kann. Das haben nur die zweiten Scientist for Future 2, also dort alles studieren, wie wir diesen fürchterlichen Kapitalismus, diese alles zerstörende Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft beenden können. Ja, so hier, also zumindest hat er schon mal begriffen, dass das Wirtschaftssystem teuflisch ist und alles zerstört. Das ist doch schon mal sehr viel für einen Papst. Das ist doch mal ihm hoch anzurechnen. Das ist doch mal schon mal richtig super. Alles klar, also studieren. Zweite Scientist for Future 2, die haben die Lösung.